Dieses zum Kauf angebotene 6 Zimmer Einfamilienhaus befindet sich im Kreis Neuwied. Das im Jahr 1994 erbaute Haus verfügt über zwei Etagen. Es wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Gebäude verfügt über eine Einliegerwohnung, einen Keller und vier Außenparkplätze. Es hat vier Schlafzimmer, drei Badezimmer und eine Gästetoilette. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1000 m2 weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 190 m2 auf. Der Kaufpreis des Hauses beläuft sich auf 369.000 Euro. Wüstenrot Immobilien GmbH steht Ihnen bei alle Fragen zur Verfügung.